Wir sind hier am wunderschönen Uluwatu-Tempel, der auf den Klippen oben, ganz im Süden von Bali. Was eigentlich noch schöner ist als der Tempel selber, ist die riesige Aussicht, die man hat auf die Klippen und die Wellen. Es erinnert mich fast an die Great Ocean Road in Australien unten, die haben wir ja schon vor ein paar Jahren gemacht. Ich bin hier auf der Welt und bin hier auf der Welt. Ja, ich bin hier auf der Welt und bin hier gleichodaatiert. Ja, ich bin hier dran. 25 cm. Ja, jetzt bin ich hier oben. Ich bin hier oben auf der Welt und bin hier oben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017